Hm? Gleich! Die peinlichen Fehler immer. Ähm, na, das kommt immer von der Backseite, so was vom Backmischer kommt immer. Fällt dem Sänger nichts mehr ein oder irgendwie die Leute, die was machen, erzählt einen Witz. Nein, das mache ich nicht. Der Witz sitzt vor mir und der Witz sitzt vor euch. Wir sind alle gleich. Das ist der Witz. Ihr schaut hier definitiv in einen Spiegel. Das wisst ihr ja noch. Egal ob männlich oder weiblich. Bastl verkörpert zum Beispiel diese rechte Seite von mir ausgesehen. Das ist Bastl-Seite, da musst du mitleben. Das ist genau hier, ja. Das hier ist in der Mitte, ist logisch, weil der Sänger steht immer in der Mitte. Das ist meine Seite. Halte zu mir! Der Schlagzeuger hat es ganz schlecht, denn das sind die Leute, die hinterm gespricht. Da stehen die in ihrem Schlagzeuger. Und hier ist Dirk der Gitarrist, ja. Und das seid ihr? Wo ist mein Traum? Das gibt's doch nicht. Das gehört als Dirk und lässt mich ganz allein. Doch es geht noch anders. Ich nehme ein Foto hier. Das ist schon wieder mal anders. Das geht auf Univienchen und zwar ganz flach hoch. Wix! 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 Sack ist nicht der Mutter und schon gar nichts ihm vom A. Sonst war's denn die Spritze, die du jemals da hast. Lass ihn stehen wie eine Eis. Denn dies gibt's nur einmal erst wirklich Deins. Doch es geht doch anders. Ich nehme das Foto hier und komm weiter! Das Gleiche ist passiert. Was für ein Skandal! Wix! Ich mach mich mehr selbst! Wix! Wer hat mich da so getracht? Wix! Dass es mir auch noch gefällt! Wix! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020